Durch unser Handeln wollen wir Dankbarkeit und Freude über Gottes Hilfe zum Ausdruck bringen. Aber was bedeutet das für mich, den normalen Christen, denn eigentlich? Ganz einfach. Wir sollen in unseren Taten und Werken sowie in unseren Reden Gott für seine Hilfe dank erweisen. Zum Beispiel, wenn er sich durch eine schwere Zeit gebracht hat oder aber auch dir in der Schule oder auf Arbeit geholfen hat. Egal wo, wir sollen ihm dafür danken. Und wie geht das am einfachsten als im Gebet? Im Gebet können wir ihm alles erzählen. Unsere Dankbarkeit oder aber auch unsere Trauer. Er wird uns immer zuhören. Beten wir zu Gott und danken ihm, dass er uns geholfen hat. Dankbarkeit und Freude sind zwei Gefühle, die in der heutigen Zeit eher selten zu Gast sind. Als Kind war das alles einfacher. Fröhlich war man eigentlich immer und an das Danke haben die Eltern gedacht. Wie sagt man? Der Standardsatz, der mir heute noch manchmal in den Ohren klingelt, auch wenn die Eltern ihn vielleicht nicht mehr aussprechen. Aber was ist das überhaupt? Dankbarkeit? Aus Interesse habe ich mal das Internet gefragt. Neben einer Definition von Wikipedia folgen mindestens zehn Seiten, die angeblich die besten Tipps haben, um Dankbarkeit zu zeigen oder zu erlernen. Zusätzlich kommen dann noch pseudopsychologische Artikel. Wie Dankbarkeit dein Berufsleben besser macht. Das hat mich dann doch zum Schmunzeln gebracht. Und so dumm ist der Gedanke eigentlich nicht. Wie macht Dankbarkeit denn unser Leben besser? Auf der einen Seite ist jemand dankbar, weil wir ihm zum Beispiel geholfen haben. Auch wenn wir vielleicht im ersten Moment keine Lust gehabt haben. So helfen wir demjenigen das nächste Mal umso lieber, weil unsere Hilfe geschätzt wird. Auf der anderen Seite versuchen wir dankbar zu sein, denken wir doch gleich viel positiver und wir suchen das Gute. Sollte es uns anfänglich schwerfallen, unserem Nächsten zu danken, so können wir auf alle Fälle immer Gott danken. Er sieht es, auch wenn wir es nicht aussprechen. Dankbarkeit macht das Leben positiver. Und ist das Leben positiver, so kommt die Freude von ganz allein. Wie lautet auch noch die Lebensweisheit? Jeder ist seines Glückes Schmied. Und ich bin mir sicher, Dankbarkeit ist eines der guten Werkzeuge, die uns helfen, unser Glück zu schmieden. Miriam, eine Frau, die im wahrsten Sinne des Wortes auf die Pauke haut. Eine Frau greift zur Pauke, lässt ihren Gefühlen freien Lauf und die restlichen Frauen eifern ihr nach. Einfach der Hammer. Mittels Musik, Clubreisen und danken die Frauen Gott für die Errettung. Nun sind wir zur Zeit im Musizieren etwas eingeschränkt, keine Instrumente, in die man reinsabbern muss und wehe, du singst bei den Gemeindeliedern mit. Einschränkungen bis hin zu verboten. Nun ist es ja eigentlich hierzulande bei uns in der Kirche nicht üblich, Gott durch Tänze zu danken. Aber mir fällt da eine andere Möglichkeit ein. Das Gebet, in dem wir Gott so viel preisen können, wie wir möchten, für das Sichtbare und auch das Unsichtbare. Wer die Möglichkeit hat, kann Hausmusik machen und so seine Dankbarkeit ausdrücken oder bei den Videogottesdiensten voller Elan und Überzeugung mitsingen, egal ob alleine oder in Gesellschaft. Wir preisen auch Gott, indem wir unserem Nächsten von den vielen Angeboten erzählen, die unsere Kirche auf YouTube anbietet. Da kann ich aus Erfahrung sagen, von Gott zu zeugen, bringt eine unglaubliche innerliche Freude. Ach, und da fallen mir noch die Online-Corona-Proben ein oder es gibt die Möglichkeit, bei virtuellen Chören und Orchestern mitzuwirken. Doch nicht vergessen, dass alles geschieht, Gott zur Ehre. Ich kannte Mirjam immer nur als nette Schwester von Mose und Aaron. Ich glaube, sie wirkte auf mich eher wie ein schöner, aber austauschbarer Sidekick. Doch die heutigen Worte zur Bibelkunde haben mir erst einmal gezeigt, was für eine aufregende und bedeutende Persönlichkeit sie war. Wenn das nächste Mal jemanden kritisieren sollte, dass wir auf Jugendtagen Diskus anbieten, dann werde ich wahrscheinlich auf Mirjam verweisen. Die tanzende Prophetin. Gott hat sie berührt, doch sie ist nicht still für sich auf die Knie gefallen. Nein, sie hat mit Hilfe eines Tanzkreises andere motiviert, sichtbar für alle, Gott ihre Dankbarkeit auszudrücken. Und eben das hat Gott in ihr ausgelöst. Wenn du aus tiefstem Herzen dankbar bist, ist es Gott sicher egal, ob du in Stille durch bedächtiges Beten dankst oder durch das laute gemeinsame Feiern seiner Gnade. Dankbarkeit kennt keine lautstärke Begrenzung. Später rebelliert Mirjam übrigens mit Aaron gegen Mose, weil er eine Kuschitin geheiratet hat. Sie meint das sicherlich nicht böse, sondern ist der festen Überzeugung, Gottes Werk zu tun. Sie wird daraufhin von Gott eines Besseren belehrt und mit einer Krankheit bestraft. Mose steht aber für sie ein, sie wird geheilt und muss sieben Tage das Lager verlassen. Du kennst es vielleicht auch, wenn es einen Konflikt in deiner Gemeinde gibt oder du plötzlich deinen eigenen Bruder nicht mehr verstehst, weil er scheinbar trotz gemeinsamer Erziehung sich total von dir wegentwickelt hat und scheinbar nicht einmal mehr die wichtigsten Familienwerte mit dir teilt. Doch dann denke ich an den Satz und das Volk zog nicht weiter, bis Mirjam wieder aufgenommen wurde. Ja, Mirjam hat auch nicht alles richtig gemacht, aber anstatt sie deswegen aufzugeben, hat man ihr die Zeit gegeben, ihren Konflikt zu lösen. So wie auch manchmal Amtsträger und andere Glaubensgeschwister ihre Aufgaben niederlegen müssen, um ihre Verhältnisse zu klären. Für mich bedeutet das, dass wir weder Mirjam noch unsere Mitmenschen auf ihre Fehler oder Probleme reduzieren sollten. Mirjam ist und bleibt diese beeindruckende, dankbare und tanzende Prophetin und auch du hast eine wichtige Rolle auf dieser Welt. Und wenn du in der Freude in Christus bleibst, dann wird das Erfüllen dieser Rolle sowas wie die beste Party ever. Nur, dass diese Party niemals enden muss. und wir sind nicht mehr. Untertitelung. BR 2018